Musik In Baden-Württemberg befindet sich der Rems-Murr-Kreis. Zwei Regionen dieses Kreises sind mir besonders ans Herz gewachsen. Die hügelische Landschaft der Berglen und das Remstal um die Weiblinger Bucht. Der Weinbau erlebte um 1975 durch die Flurbereinigung eine drastische, aber zukunftsorientierte Wandlung. Zur selben Zeit spannt Wilhelm Fritz sein Pferd ein. In den Orten der Berglen hat der Sanierungsprozess gegenüber dem Remstal einige Jahre später begonnen. In dieser Zeit hatte ein Wagnermeister noch allerhand zu tun. Für die Kundschaft wurde geschmiedet, gehämmert und gedreht. Ja, genau so, wie wir gerade gesehen, war das damals, als ich als Stadtkind vor 40 Jahren hier in die Berglen zogen bin. Berglen ist inzwischen meine wirkliche Heimat geworden und ich wünsche mir, dass vielen Geflüchteten, die seit 2015 bei uns hier in den Berglen angekommen sind, dass die das genauso erleben und dass Berglen auch ihre Heimat wird. Ich komme aus Syrien. Seit 2016 nach Deutschland habe ich gekommen und ich habe angefangen bei der Firma Eisenmann hier. Wir sind alles wirklich wie Familie und ich bin sehr zufrieden. Weil sich in den Bergen und im Remstal die Industriegebiete ausbreiten, finden viele Fremd- und Familienarbeitskräfte dort einen Arbeitsplatz, wo sie ein geregeltes Einkommen haben. Landwirtschaftsbetriebe können das oft nicht bieten und sehen sich deshalb großen Herausforderungen gegenüber. Also die Ballenpresse ist 25 Jahre alt, das gehört also schon zur letzten Generation, war in den 80er Jahren der technische absolute Hit. Und heute geht alles schon in viel grösserem Stil. Auf großen Betriebe müssen sie es zehnfach machen. Ohne Motoren und Maschinen versorgt Paul Ulrich sein landwirtschaftliches Anwesen. Seine Schwägerin hilft mit und erzählt, dass er als Wetterprophet die Schweigheimer informiert. Das Korn wurde in Säcke gefüllt und an Mühlen abgeliefert. Der Standort einer Mühle war einst bestimmt durch einen Fluss oder Bach. Gustav Böckle hat die Seemühle von seinem Vater in die dritte Generation übernommen. In Städten wird das Getreidemehl in einer Großbäckerei zu Teig und Brot verarbeitet. Ein Dorfbackhäusle gibt es in Steinreinach und ist direkt im alten Gemäuer der ehemaligen Kirche untergebracht. Inne wird eingeschossen. Vor dem Backhäusle wartet schon die nächste Backrunde. Tatsächlich, ein Salzkuchen wird eingeschoben. Der darf nicht zu langtrennen bleiben, sonst wird er schwarz. Bekannt ist Steinreinach wegen der guten Gastronomie, wo Adolf Reinhardt schnippelt und brutzelt. Nachts sind Leute reich. Früher gehabt. Die hätten reich gehabt wie die Bretter der Buben. Aber was haben die machen können, die haben halt auch mit Wand im Heumissen. Es ist so, dass wir in Kleinhebacher eigene Kälterstation haben. Wenn beim Einen es irgendwo klemmt, hilft man so ein bisschen gegenseitig aus. Von daher ist es eine sehr schöne Dorfgemeinschaft. Und da wächst der Drollinger. Und da wo der Drollinger wächst, da wächst auch jeder andere Wein. Der Drollinger in Maßen genossen ist auch in größeren Mengen nicht schädlich. Ich trinke immer noch eine Viertel und keine Nullzweitele. Weil es hört sich nämlich blöd an, wenn man zu jemandem sagt, das ist heute Abend mit mir ein Nullzweitele zu trinken. Städten und Brotwasser ist halt auch im Ländle, sage ich jetzt mal, wirklich als bekannter Wein. Das sind Weine, die einfach Spaß machen. Und wie hat meine Oma gesagt, du mach deinen Wein so, dass du den Notfall selber trinken kannst. Das haben die Wengerz-Familien und andere Leute aus den beiden Landschaften gemacht. Ein Heimatland für viele Leute, welches sich zum Kennenlernen lohnt und zum Feiern einlädt. Das ist ein Heimatland für viele Leute, die sich zum Kennenlernen. Das ist ein Heimatland für viele Leute, die sich zum Kennenlernen. Das ist ein Heimatland für viele Leute, die sich zum Kennenlernen. die sich zum Kennenlernen von Himkat an allgemein und kultivode oder hat. Das ist ein Heimatland für euremplanung. Die Geschwindigkeit derックte, die sich um einen?)-Kundivity